FH ist seit mehr als über 100 Jahren Inbegriff für elektronische und mechanische Zutrittskontrollen. Wenn du heute einen Schlüssel übergibst, musst du zuerst einen Termin abgeben, du musst ein Schlüsselprotokoll erstellen, du musst den Schlüssel übergeben. Die Saison ist viel einfacher. Der Systemadministrator legt einen neuen User an, vergibt das Recht und die gehen ganz automatisch, wie von Geisterhand, auf die App des neuen Users. Wir haben eine einfache und intuitive Bedieneroberfläche. Das Weitergabe der Rechte basiert über die User. Wir brauchen keine zusätzliche, teure Software. Wir haben ein Pay-Per-Use-Bezahlmodell. Die Software ist grundsätzlich gratis. Wir bezahlen nur das, was wir brauchen. Als letztes haben wir Schnittstellen, die wir universell an Trittsysteme anbinden können. Das eignet sich für alle Betreiber, die Flexibilität und Einfachheit im Zutrittsmanagement suchen. Das Eignet